Nix, okay, ich hab's verstanden. Sag auch nix dazu. Ah! Oh mein Gott, ich bin mich grad da rumziehen. Geht ihr bitte vor die Tür? Wie kann das sein? Wie seid ihr durch die Tür gekommen? Na, ich vermute mal, Xelram hat vergessen, sie abzuschließen. Daher ein Fehler, der ihn um Kopf und Kragen gebracht hat. Ich erwarte keine Gnade von euch. Wenn der dunkle Vater entschieden hat, dass er mich an seiner Seite wünscht, dann soll es geschehen. Mit dem dunklen Vater kann ich nicht dienen, aber wenn ihr so lange mit dem dunklen Sohn Vorlieb nehmen wollt... Heio, gnädigste. Ihr seid es wirklich, der Sohn des Herrn. Bitte vergebt mir, dass ich euch unter der Kapuze und in der Schmerze der Nacht nicht schon früher erkannt habe. Hört auf zu winseln, Weib. Ich habe dem dunklen Gott schon vor vielen Menschenaltern abgeschworen. Um Zeit meines Lebens habe ich das Gewürm verachtet, das sich vor ihm im Schlamm der Erde windet. Aber wenn ihr den hohen Versprechungen seiner profilten Glauben schenken wollt, dann ist euch beim besten Willen nicht zu helfen. Ein Platz an seiner Seite? Man wird euch in die tiefsten Schlünde stürzen, wo ihr mit zertrümmerten Knochen bis zum Ende aller Tage dahin siechen werdet. Dass ihr jung und schön seid, wird euch dabei kaum zum Vorteil gereichen. Ich kenne da ein paar besonders abstoßende Dämonen, die es sich nicht nehmen lassen würden, euch hin und wieder zu besuchen, um sich an der Herrlichkeit eures Leibes zu laben. Ich liebe es, Malthur zu sprechen. Ihr habt unseren Vater verraten, euren Vater, euer Schicksal. Ich bestimme jetzt mein Schicksal. Und ich habe mich entschieden, die Zeit, die mir noch bleibt, zu nützen, um Buße zu tun für tausende von Seelen, die ich ihm geopfert habe. Wir haben nicht ewig Zeit, Malthur. Ich bin mir sicher, dass diese Frau weiß, wo wir Warnfried finden. Ihr habt die Wahl, Serena. Entweder gepackt aus, oder Malthur wird euch einen kleinen Ausblick gewähren auf die Martern, die euch bevorstehen. Nein, Guendi. Ich habe von den Fähigkeiten dieses Mannes gehört. Ihr dürft nicht zulassen, dass er Hand an mich schlägt. Zulassen? Ich werde ihn darum bitten. Aber ich weiß nichts von nichts. Ich bin selbst ein Opfer dieses Blutsaugers. Ich sehe schon, das hört so nicht zum Malthur, wenn ihr bitte euren Gehirnschmelzer auspacken würdet. Mit dem größten Vergnügen. Also das hier ist mit einer der geilsten Dialoge in dem ganzen Spiel, also im Spiel bisher. Der gefällt mir übelst gut. Das macht übelst Bock, den vorzulesen. Also der und der Dankwart-Monolog, als er seine Frau umbringt, das ist... göttlich. Nein, bitte verschont mich. Ich kann keine Schmerzen ertragen. Es sei denn, ihr fügt sie anderen zu, oder? Bitte. Ich werde euch alles sagen. Hach. Ich hatte schon befürchtet, wir müssen es tatsächlich tun. Dann mal los. Wo hat sich Warnfried verkrochen? Ich kann es auch nicht mit Gewissheit sagen. Fangt ihr schon wieder damit an? Nein, Herr Gwendi. Es war mein Auftrag, Herzog Warnfried eine Zuflucht zu suchen, falls die Dinge in Gösterburg schlecht für ihn laufen. Ich werde euch... Hallo. Jetzt haben wir ihn. Falsch, du Wurm. Was ist das? Ein magisches Schutzschild. Habe ich recht gehört, meine Liebste? Du wolltest diesen jämmerlichen Maden meine Zuflucht verraten? Nein, Meister. Das würde ich niemals tun. Ich bitte euch mit Leib und Seele ergeben. Das wisst ihr, wisst ihr doch. Ich glaubte es zu wissen, aber ich beginne zu zweifeln. Meister, bitte tut mir nicht weh. Ihr wisst, ich kann keine Schmerzen ertragen. Hab keine Furcht, mein Täubchen. Ich werde dir nicht wehtun. Heiliger Strohsack, was hat er vor? Er verdreht dir den Kopf. Ach, Grundy, das scheint nicht euer Tag zu sein. Erst muss euer junger Freund dran glauben und nun auch noch diese Verräterin. Ihr solltet besser aufgehen, bevor ich mir eure Frau vornehme. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Bringt vor unseren Augen Leute um und wir können nichts tun, als zuzusehen. Wir haben nicht die geringste Chance gegen ihn. Er ist uns einfach überlegen. Das sehe ich anders. Der Schutzzauber hat ihm enorm viel Kraft gekostet. Ich habe gespürt, wie er zuletzt immer schwächer wurde. Sein Hauptmann ist tot und er hat eine seiner Agentinnen verloren. Wir haben ihn in die Enge getrieben. Er flüchtet sich in Drohgebärden, um uns zu verunsichern. Ansonsten hätte er uns hier und jetzt vernichtet. Gut gesagt, Maltur. Meint ihr? Ich sag's nochmal. Einer der besten Dialoge bisher. Also, hat mir sehr gut gefallen. Sehr guter Dialog. Ah, nix. Schaut mal, man kann deutlich erkennen, dass hier früher ebenfalls ein Sarg stand. Ah, da, wo der... Ah, okay. Nee, hä? Ups. Irgendwas mit Erde. Sehr gut. Das bedeutet, dass er auf diese Särge angewiesen ist, wenn wir all seine Särge finden und unbrauchbar machen können, haben wir ihn. Dann mal los. Ist da auch Erde drin? Scheint so. Okay. Der auch? Okay. Wir sind hier noch nicht fertig. Wie? Wie, wir sind noch nicht fertig? Wir haben doch alle gesprengt. Ah? Hä? Okay. Hier war noch ein Sarg. Ich komme jetzt nicht ganz mit. Ah. Sarg Nummer 3. Das scheinen alle gewesen zu sein. Wir wissen also, dass Warnfried drei Särge mit Erde fortgeschafft hat. Er hat sie mit Sicherheit irgendwo in der Stadt versteckt. Aber wie sollen wir rausfinden, wo genau? Serena hat doch erwähnt, dass sie beauftragt war, Warnfrieds Verstecke zu organisieren. Vielleicht existieren irgendwelche Hinweise darauf. Hm. Okay, und wo? Vielleicht in ihrem Haus. Vielleicht finden wir da noch was. Ah. Müssen wir mal schauen. Aber zunächst, ähm, gehen wir mal noch gucken, ob wir die Vampirfrau hier, hier, in die und Pflok. Okay, dann bleib du da liegen, Schätzchen. Na, dann würde ich sagen, eine kleine Speicherung für uns. Zack. So, und jetzt, äh, erst die Frau wieder einsammeln, oder? Nö, erst mal das Grab hier nochmal untersuchen. Ein Grab, bla bla. Wir verfolgen immer noch eine andere Fährte. Okay. Wenn der Maltur das sagt, dann machen wir das so. So, wir dürfen Tarius und Libra nicht vergessen. Lasst ihn uns in eine Kirsche bringen. Der Priester, die Priester werden sich um ihn kümmern. Der ist auch tot. Die Sonne geht auf, oh. Release the Kraken. Ach Gott, so viele Dinge werden gerade in meinem Kopf ausgelöst. Ja, wegen dem bisschen Wasser und dieser Felsstadt, ja, deswegen release the Kraken. Ganz genau. Also, jetzt haben wir Tag- und Nachtwechsel. Haben wir den jetzt, hm? Wendy, warum ausgerechnet Tarius, weil er ein Vollidiot ist? Warum nicht ich, oder? Das ist eben der Lauf des Schicksals. Glaubt mir, Libra. Ich habe schon so viele Seelen kommen und gehen sehen. Man gewöhnt sich daran. Ich will mich aber nicht daran gewöhnen. Schließlich bin ich ein Mensch und nicht der dahergelaufene Sohn einer finsteren Gottheit. Bitch. Du tust, Malthur, echt unrecht. Malthur hat sich sein Schicksal ebenfalls nicht aussuchen können. Wir können uns die Bürde, mit der er in diese Welt geboren wurde, nicht einmal entfernt vorstellen. Du hast ja recht, Schatz. Bitte vergeb mir meinen Ausbruch, Malthur. Trauer und Wut benebeln meine Sinne. Aber wie dem auch sei, wir dürfen jetzt nicht verzagen, Leute. Warnfried hat uns bewiesen, dass er nicht abwarten will, bis wir ihn gefunden haben. Du hast recht. Wir haben genug Zeit vertan. Lass uns Vampire jagen. Hö, ich mach meinen Hoodie wieder hoch. Hallo. Okay, dann sagen wir ihr noch nicht, was Sache ist und dann geht's jetzt drum, den guten Warnfried wirklich zu finden. Okay. Hey, dich kennen wir doch noch gar nicht. Wer bist denn du? Was wollt ihr? Wer seid ihr? Mein Name ist Feldherr. Ich bin ein mächtiger Krieger. Feldherr? Das ist doch kein Name, sondern ein Beruf. Ich habe mir den Namen selbst gegeben. Als mächtiger Krieger wird man halt nicht ernst genommen, wenn man Joachim Hofmann heißt. Aber Feldherr, das sind doch die Kerle, die Armeen befehligen und so. Also als Name hört sich das einfach nur dämlich an. Wenn ihr weiter so redet, werde ich einmal mein Schwertadmiral vorstellen. Lass den Admiral mal stecken, Herr Feldherr. Ich bin ja schon ruhig. Dämlich. Ich bin selbst gerade erst angekommen. Ich will mir hier in dieser großen Stadt einen Namen als Schwertkämpfer machen. Okay. Erinnerst mich ein bisschen an Ichigo mit deinen blonden Haaren und deinem Riesenschwert. Irgendwelche Gerüchte. Ein paar reisende Händler haben mir erzählt, dass es in Düsterburg hoch hergehen soll. Ein Kerl namens Grufti und seine Freunde soll den Herzog dort ordentlich eingeheizt haben. Grufti? Ziemlich blöder Name, was? Scheint aber ein fähiger Bursche zu sein. Ach, den würde ich gern kennenlernen und mich seiner Gruppe anschließen. Da ist sicher immer was los. Das wird nicht funktionieren. 100 Pro nicht. Ihr habt ihn gefunden. Allerdings heiße ich nicht Grufti, sondern Grandi. Erzählt mir nichts. Der Wursche soll ein mächtiger Krieger sein. Nicht so ein Händfling. Gerüchte? Zack, so. Ach man, ich wollte ihn jetzt nach Düsterburg schicken. Geh weg! Wir wollen nicht mehr mit dir reden, Spacko. Mann! Jetzt hat er uns aber echt noch ein paar Gespräche aufgezwungen. Was gab es denn jetzt noch alles? Jetzt habe ich mittlerweile schon wieder vergessen, was Tag-Nacht-Unterschied ist. Ich glaube, da hinten tauchen dann Monster auf oder sowas. Irgendwo in einem der Gebiete. Aber ich weiß nicht mehr genau wo. Ich glaube, hier in Clipping soll ein Monster auftauchen, ne? Nun müssen wir jetzt irgendwie mal gucken, um die Nacht herbeigeführt zu bekommen. Das will aber nicht so wirklich. Wir haben doch schon ein paar Mal gewechselt, das Gebiet. Okay. Muss man vielleicht... Oh, dürfen wir das Schiff mittlerweile benutzen? Ich glaube, da war irgendwas... Nee, das mit dem Fischer nicht, aber wir haben eine Angel bekommen. Und damit können wir, glaube ich, die Flasche aus dem Wasser angeln. Warum sind hier so viele neue Leute? Nee, ich hängt er ihm. Immer nimmt er es. So ist der Herr. Aber du da ist bereit. Er folgt dem Herrn. Er wartet auf den Herrn. Er ist der Herr. Okay. Ah, meine lieben Freunde. Ihr glaubt gar nicht, wie dankbar ich euch bin. Ich habe endlich einen neuen Fall. Was sage ich denn da? Einen neuen Fall? Nein, ich habe ein halbes Dutzend Daufträger bekommen. Aber hallo, das ging aber schnell. Wie habt ihr das hingekriegt? Ich bin einfach etwas beziehen gegangen, um mich der Mann zu gewöhnen, mich in diese Kluft unter Menschen zu wagen. Und schon wurde ich von allen möglichen Leuten angesprochen, die meine Dienste in Anspruch nehmen wollten. Und wenn wir wieder zu Hause sind, machen wir einen Laden auf Libra. Mordeberatung oder so. Bei deinem Talent werden wir sich erreicht damit. Ist klar. Da ist wieder unser lustiger Spacko-Zwerg. Hallo. So, ja, ganz viele Katzen. Ich weiß. Da haben wir den lustigen Wächter. Wieder die... Ah nein, die Möwe fliegt diesmal ganz ordentlich. Diese Flasche. Mit meiner Angel könnte ich... Genau das sollst du auch tun. Die habe ich mir aus meinem Arsch gezaubert. Episch. Flaschenpost. Cool. Göttergeschenk? Achso. Den haben wir noch nicht aufgemacht. Ich würde sagen, den machen wir jetzt mal auf. Ah. Egal. Puh, guck, guck, da sind zwei Augäpfel drin. Aufessen? Wohl Fieber? Aufessen. Grandy, ihr habt sie nicht mehr alle. Stimmt, die waren durchaus ein bisschen ölig, die Dinger. Geil. Ich habe Augäpfel gegessen. Mhh. Dom, dom, dom. Rolle, was kann man damit alles machen? Ich bin auf dich angewiesen. Ein Zettel in einer Flasche. Da steckt ein Brief drin. Mach's nicht so spannend, Schatz. Brief aus der Flasche gefummelt. Ja. Danke. Wo ist jetzt der Brief aus der Flasche gefummelt? Flaschenpostbrief. Liebte Natascha, dein Vater wird nie heimkehren. Es tut mir so leid. Du findest alles, was ich für deine Zukunft zurückgelegt habe in unserem alten Versteck in Clipping. Möge der gütige Vater die Strömung so lenken, dass dieser Brief dich erreicht. Meine Gedanken werden immer bei dir sein. Papa. Oh. Wo war jetzt nochmal das Studentenmädchen? War das in Clipping? Wie viel Geld haben wir? Hallo. Hallo, Wendy. Hallo. Äh. Immer noch ein bisschen teuer. Ja, genau. Zu teuer. Habe ich doch gerade gesagt. War das... Ne, hier war es auch nicht. Och. Wo war das Mädchen? Das war doch in so einem Wohnhaus, oder? Mehrere Stockwerke oder so Kram. Naja, gucken wir jetzt mal noch, ob wir den Fummel-Opa finden. Der war doch hier, oder? Ja. Der Abdul-Krachstuhl. Und? Habt ihr euch schon etwas einfallen lassen? Ah, du kommst gerade recht, mein Freund. Ich werde machen einen schönen Einzug, wo ist völlig dicht, dass nicht komme Wasser rein. Hört sich gut an. Wann kann ich das Teil abholen? Ah, das nicht sei so einfach. Ich noch Zeit brauche, um das zu machen. Du musst mir bringen, dass du zeigst. Was soll es denn sein? Oh, wir werden brauche einen großen Ruhlkörper. Für den Kopf und viel wasserfester Stoff für den Rest. Wir haben hier dieses komische runde Ding. Ich weiß sowieso nicht, was wir damit anfangen sollen. Ah, das ist eine Globus. Wunderbar Werk aus der Rabea. Ihr auch noch werdet lernen. Ah, du habe Zeit, was sagt keiner brauche? Ne, eigentlich wollte ich mir das andere abholen, was wir dir... War das die Angst? Ich weiß es nicht mehr. Naja. Okay, wir haben ihm jetzt einen... Das soll jetzt einen Taucheranzug machen? Hä? Echt jetzt? Hm. So, jetzt suchen wir erstmal noch diese... Kleine... Diese junge Frau hier. Lasst mich in Frieden. Aha. Wir sind aber der Hausmeister. War die hier drin? Irgendwo muss sie doch drin sein. Wir wollen ihr den Zettel übergeben. Ah. Was habt ihr? Ihr schaut so ernst. Natascha, es ist wegen deinem Vater. Was ist es? Habt ihr etwas von ihm gehört? Geht es ihm schlecht? Das wissen wir auch nicht, aber wir haben diesen Brief in einer Flaschenpost gefunden. Der ist an dich gerichtet, glauben wir. Okay, das war's. Mein Vater, ich werde ihn niemals wiedersehen. Wahrscheinlich nicht, aber du musst jetzt auch an dich selbst und deine Ausbildung denken. Dein Vater scheint es so gewollt zu haben. Wozu wäre sonst der Hinweis auf Clipping da? Du solltest nachsehen, was er in eurem Versteck für dich hinterlegt hat. Ich mach das später. Ich habe jetzt nicht den Nerv, nach Clipping zu gehen. Warum denn nicht? Da treibt sich dieser Eisenschädel eh bald rum. Ich kenne ihn aus dem fliegenden Fisch. Da stellt er mir ja auch die ganze Zeit nach. Dann kann ich verstehen, dass du gerade nicht dorthin willst. Wenn es dir so unangenehm ist, können wir mal für dich nachsehen gehen, wenn du uns sagst, wo das Versteck ist. Das würdet ihr für mich tun? Es ist ein Astloch in einem alten, abgestorbenen Baum. Er steht direkt neben dem Haus mit dem Fischhandel. Alles klar, wir schauen uns das mal näher an. Yay, wir können kleine junge Leute beklauen. Okay, also wir haben immer noch genug Nebenquests zur Verfügung. Einmal war es ja jetzt das mit diesem Versteck. Dann halt eben diese Monster, die bei Nacht auftauchen sollen. Der lustige Schreihals hier. Ach, das hat ja nur nachts auf. Ja, wenn man Nacht wäre, würde ich auch vorbeikommen, Schätzchen. Tja, wir laufen jetzt einfach ganz dreist. Bitte nächste Karte. Danke. So, Nacht. Wir wollen die Nacht. 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 Ah! Naja, zum Schloss wollten wir jetzt nicht. Runter, runter, lenke es. Dann gehen wir jetzt mal eine kleine Studentin beklauen. Und das ist immer noch nicht ansatzweise dunkel. Wie geht das? Hm. Wow, pull mir nicht ins Ohr, du Sch. Da ist das Astloch. Dann greif mal rein und schau, was drin ist. Wahrscheinlich irgendwelche garstigen Kribbel-Krabbel-Fiecher, die mir in den Finger beißen. Jetzt stell dich mal nicht so an, Schatz. Papierfetzen gefunden. Wä? Okay. Äh, tja, Papierfetzen lesen. Logbuchseite, aha. Letzter Logbucheintrag. Endlich landgesichtet. Eingeschlagener Kurs war drei Tage in südlicher Richtung. Dann 38 Seemeilen dem Morgen entgegen. Mit zehn Knoten Fahrt erreichten wir letztlich die Perle des Südens. Ein alter Logbucheintrag, das ist aber kein besonders fürsorglicher Vater gewesen. Da steckt sicher mehr dahinter. Jetzt haben wir Augäpfel gefressen, das erinnert sich, ich muss mich grad wieder dran erinnern. Na ja. Was soll's, vielleicht waren sie gesund. Ähm, ja. Ja, ich würd' trotzdem mal langsam gerne diesen Tag-Nacht-Wechsel erleben. Hm. Ups, voll gegen's Mikro gestolpert. So, hm. Da jetzt immer noch nichts Neues passiert ist, werde ich erstmal in dem, ja, in dem Abschnitt wieder mit den Mädchen reden. Ob dann irgendwas Neues passiert, ob wir da mit dem Schiff hinausfahren sollen oder so. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Und danach, ja, gucken wir mal nochmal, ob der Wechsel irgendwie stattfindet. Ob wir durchs Inn den Wechsel hervorbringen können oder so. Und? Habt ihr etwas finden können? Nur diesen merkwürdigen Logbucheintrag, wir wissen leider auch nicht, was wir davon halten sollen. Kannst du uns vielleicht dabei helfen? Als ich klein war, hat Papa mir mit mir oft Schnitzeljagd gespielt. Da hat er auch immer Zettel versteckt, die so formuliert waren. Wenn man das Rätsel gelöst hat, hat man den nächsten Zettel gefunden. Wow, das hört sich ja heiter an. Ja, und jetzt? Damit sind Himmelsrichtungen gemeint, denke ich. Und die Anzahl der Schritte, die ihr vom Baum aus in die entsprechende Richtung gehen müsst. Okay. Na dann. Danke für diesen Hinweis, meine Liebe. Dann machen wir das doch noch zuerst, schätze ich mal. Sonst hab ich das bis nächstes mal wieder vergessen. Wir drehen uns im Kreis, Grandy. Lass uns doch mal zu Serenas Haus gehen. Vielleicht finden wir dort einen Hinweis, wo die Särge versteckt sind. Das will ich aber jetzt nicht machen, Schätzchen. Ich sag halt ganz schön oft Schätzchen in den LPs. Tja, wenn sich die Frauen halt so anbieten, dann passt das halt. So. Ja. Wir drehen uns dann weiter im Kreis, ja. Und gehen wieder zurück zum Arschloch. Und gucken dann mal, ob wir das hinkriegen mit diesem Schnitzel-Ding hier. So, wir stehen am Bäumchen. Da ist nix mit drin. Dort gibt's ja gar nicht. Gut, dann gucken wir uns nicht das Göttergeschenk an, sondern das. Endlich landgesichtet. Eingeschlagener Kurs war... ...drei Tage in südlicher Richtung. Okay, sollen wir jetzt also drei Schritte nach Süden machen und dann... Wo geht die Sonne auf? Im Osten, im Morgenland. Okay, also 38 nach rechts. Drei runter, 38 rechts und zehn runter. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn, fünfzehn, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 26, 27, 28. Ne, ich war doch schon bei 30, oder? Scheiße. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Puh. Puh. Ähm. Habe ich mich verzählt, ne? Da ist doch... Der Baum sieht aber... Oh, Mann. Scheiße. Habe ich mich vertan? Nochmal gucken. So. Endlich handgesichtet eingeschlagener Kurs war drei Tage in südlicher Richtung. Mhm. 38, sieh mal in dem Morgen entgegen. Mit zehn Knotenfahrt erreichten wir letztlich die Perle des Südens. Hm. Drei Schritte süden, 38 nach rechts. Hm. Okay, habe ich mich doch so vertan? Naja. Okay, das ist ein bisschen... Ups. Habe ich mich wohl ein bisschen verzählt? Hm. Naja, gucken wir mal nochmal. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann zehn nach Süden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hier muss es sein. Oh Mann, jede Menge Schmuck, Gold und Edelsteine. Das muss ein Vermögen wert sein. Nataschas Schatz gefunden. Ich dachte, es sollte uns zu dem nächsten, äh, Zettel führen. Hm. Egal, das ist auch interessant. Gebt weg, Katze. Jetzt haben wir den Schatz gefunden. Mal gucken, wie Natascha dann reagiert. Wird sie die neue Beauty Queen? Jetzt, wo sie auf einmal Geld hätte. So. Oh, dass die auch im dritten Stock wohnen muss. Wieso gibt es hier keinen Aufzug? Naja, ist gut für die Oberschenkelmuskeln. Und? Was sagst du jetzt, Natascha? Und? Hat die etwas finden können? Ja, haben wir. Ein Haufen Gold und ähnliches Zeug hier. Damit solltest du vorerst keine Probleme mehr haben. Das ist alles für mich? Aber das ist doch viel zu viel. Was soll ich denn mit dem vielen Geld anfangen? Am besten du bringst es auf eine Bank, da ist es sicher. Hä? Ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Ihr seid wunderbar. Das war's? Das war's? Kein episches Schwert, das sie unter der Matratze versteckt hat. Kein verzaubertes Amulett, was Instant Vampire tötet. Kein Sex, keine Juwelen. Scheißhelden-Dasein. Das lohnt sich gar nicht mehr so. Ja, ähm. Hat das uns wenigstens EP gebracht? Puh. Na ja. Seltsam. Immerhin haben wir jetzt eine Nebenquest noch abgeschlossen. Na ja. Und hier ist wieder keinerlei... Keinerlei, äh... Wechsel. Vielleicht, wenn ich hier hin und her laufe. Äh. Noch ein, zwei Mal. Nö, sieht nicht so aus. Hm. Das ist ja jetzt komisch. Hallo, können wir bei dir bis zur Nacht schlafen? Ähm, momentan nicht. Danke. Gut, dann müssen wir anscheinend zuerst das mit Serena erledigen. Hm. Aber bevor wir das machen... Zack. Äh. Zack, mach ich hier mal eine Pause. Und wir sehen uns dann bald wieder mit... Unterwegs in Düsterburg. Das ist jetzt nicht mehr so düster. Ich nenne es jetzt... Ab jetzt ist es unterwegs in Königsburg. Mach's gut, Leute. Ich bin raus. Ciao.